Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, hören Sie heute die 54. große Botschaft des Herrn. Sie trägt den Titel Das Gebet für die Mitmenschen. Am Abend des 23. Oktober 2021 setzte ich mich um 19.38 Uhr ins Schlafzimmer. Jesus begann zu sprechen. Meine Tochter, kränke dich nicht über das Verhalten anderer Leute. Je weniger du dich damit befasst, desto glücklicher wirst du durchs Leben gehen. Achte nicht auf sie, aber bete für sie. So kannst du für sie Gutes tun und den Wandel in ihren Herzen durch mich erwirken. Das Gebet füreinander ist sehr wichtig. Oft denkt ihr nicht daran. Es ist ein Akt der Nächstenliebe und bringt euch viel Verdienst ein. Ich rechne es euch hoch an, wenn ihr für andere, insbesondere für die schweren Sünder betet. Betet für die, die euch verfolgen und für diejenigen, für die sonst niemand betet. Wenn ihr alle füreinander betet, wird das viel Segen auf euch herabziehen. Betet daher mehr und kritisiert weniger. Das Gebet ist stets die richtige Wahl. Bei Konflikten und Streitigkeiten, bei Neid und Missgunst, bei Hass und übler Nachrede. Durch das inständige und vertrauensvolle Gebet wird all das neutralisiert und unschädlich gemacht. Das Böse schadet euch seelisch und körperlich. Es kann viel Unheil anrichten und euren gesamten Alltag und euer Umfeld durcheinander bringen. Es fördert den Unfrieden und die Entzweihung vor allem in den Familien. Betet daher auch besonders für den Frieden und die Versöhnung in den Familien. Für die eigene und auch die in eurer Umgebung. Selig die Frieden stiften. Ich werde sie besonders belohnen. Meine Tochter, nimm stets deine Zuflucht zu mir im Gebet, wenn dich etwas kränkt oder bedrückt. Ich höre dir aufmerksam zu und lindere deinen Schmerz. Ich bin der große Heiler auch in den seelischen Angelegenheiten. Ich heile deine Wunden, die andere geschlagen haben. Denke oft an meine Herzwunde, die ich beständig trage. Sie ist niemals verheilt und strömt unentwegt meine Liebe und Barmherzigkeit aus. Betrachte meine Herzwunde und verehre sie in besonderer Weise. Damit ehrst du mich sehr und ich kann dir dadurch viele Gnaden gewähren. Meinem Herzen kannst du die besonderen Schätze entreißen. Dort bewahre ich die besonders hochwertigen Kostbarkeiten auf. Mein Herz ist also zugleich auch eine Schatzkammer für die edelsten, preziosen, die ich euch zu bieten habe. Nur wenige Menschen dringen in diese heiligen Räume vor. Nur wenige verstehen es, in mein Herz einzudringen und nur wenigen öffne ich auch die innersten Türen, das Allerheiligste in meinem Inneren. Dort befindet sich mein Herz auf einem goldenen Thron. Dort wird es Tag und Nacht unablässig von den Engeln und Heiligen angebetet. Betet auch ihr mit und verehrt es. Es ist die edelste Tat, die ihr auf Erden verrichten könnt. Vereinigt euch gedanklich mit meinem Herzen und bittet mich darum, dass eure Herzen im gleichen Takt mit meinem Schlagen mögen. Dabei geht es auch um die Gleichförmigkeit eures Willens mit meinem. So kommen wir in den gemeinsamen Rhythmus, in den Gleichklang der Herzen. Wie schön wäre das. Nur wenige verstehen dieses Geheimnis und üben diese Form der Andacht. Daher will ich sie euch lehren. Sie ist überaus verdienstvoll. Kommt alle an die Tore meines Herzens und klopft beständig an. Ich als der Hausherr des Allerheiligsten werde selbst zur Tür kommen und euch aufschließen, wenn ihr dafür bereit seid. Diejenigen, die ich einlasse, sind meine besonderen Gäste. Sie dürfen an einem Mal ganz mit mir alleine teilnehmen. Es ist das Festmahl der Vereinigung der Herzen. Wie Paulus sagte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wer dies erfassen kann, der fasse es. Amen. Alleluja. Preisen wir den Vater. Er ist sehr großherzig und mild. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Großes hat er an mir getan. Großes wird er auch an dir tun. Warte es ab. Vertraue mir. Meine Tochter, die Menschen verstehen dich nicht und können mit einer besonderen Berufung nichts anfangen, weil sie selber so weit weg von mir sind. Nur ich vermag das zu ändern. Ich werde sie wieder an mich ziehen, an mein göttliches Herz, weil ich mich nach ihnen, meinen Kindern sehne. Verstehst du das? Ja, meine Tochter, du weißt, was ich meine. Du kennst meinen Kummer und hast Mitgefühl. Das rechne ich dir hoch an. Auch das ist überaus verdienstvoll für dich. So, meine Tochter, geh nun schlafen und ruhe dich aus. Morgen werde ich wieder bei dir sein. Amen. Alleluja. Geh hin in Frieden. Ich küsse dich. Dein Herr und Gott. Amen.